jetzt eigentlich ja das Problem also ja gut hier hat noch die Gebäude sonst im Großen und Ganzen könnten wir gut die Einwohner die wachsen also es werden mehr ja doch ab und zu kommen halt mal Steuern dazu dass die Steuern zu hoch sind hier brennen immer mehr und mehr Gebäude ab und es gibt immer mehr und mehr kranke Bürger merke ich gerade hier ist jetzt ein relativ großes Problem ich weiß aber gar nicht warum warum ist es hier so ein großes Problem so das sind 3 von 6 Haushalten okay naja doch es fängt langsam langsam fängt es an also können wir es dann gerade wieder runter schrauben toll wahrscheinlich werden wir dann 30.000 würde ich das wahrscheinlich alles auf 1% machen so und die Bildung wird am meisten und dann natürlich will ich dann halt auch tatsächlich noch ein bisschen auf die Gesundheit setzen und natürlich auch die Feuerwehr so dann passt es gut ich meine wir machen jetzt ein ganz ganz kleines bisschen Verlust ist aber nicht so schlimm weil wir die weil wir jetzt mehr Einsatzkräfte brauchen machen wir ach so stimmt geht ja gar nicht dann müssen wir da runter klicken ähm Recycling was ist jetzt da hinten los was 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 ach so okay so alles klar dann passt das alter alter hier sind wir einfach kaum Arbeiter kaum boah scheiße boah leckt mich doch am Arsch boah schöner scheiß so na gut gehen wir wieder auf eins zurück können wir eigentlich so jetzt sind wir wieder auf normalem Stand dann ja wir brauchen hier oben wir brauchen hier oben unbedingt das eine oder andere Wohnviertel damit die Leute hier mal mehr Arbeiter bekommen das gibt's doch gar nicht also gut hier wird er noch fleißig gebaut was ist hier hier mangelt es tatsächlich nicht an arbeiten es liegt nur hier na toll so schöne Scheiße ähm Alter Alter das ist doch echt krass boah toll ist er mir hier ist auch noch was so wie schlimm wie schlimm wirklich schlimm hier das ist doch boah toll ist scheiße was hier war doch sonst hier war doch irgendwo noch ein Haus so so um ja geil so hier hinten sind tatsächlich doch großflächig alle zufrieden die World Trade Center die sehen immer noch geil aus oder das World Trade Center es sind ja zwei also sagen wir die World Trade Center meiner Meinung nach so ähm hier spielen tatsächlich ein paar Leute hier sind auch so gut wie kaum Leute so ähm so hier machen wir wirklich gut Strom mit das freut mich ich 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 kann es mehr Wasser nein ja nein ok was ist das hier unten auch so das sind ja Quelle von Leben und Tod leckt mich doch an Zipfel ist das Ding riesig so wollen wir hier vielleicht hier so hier so vielleicht 70.000 ja komm warum nicht so dann dann freut sich Leute boah Alter so das Problem ist es dann gleich behoben sein dann ist es so also tatsächlich ist doch also ich meine wir könnten nee wir müssen dann noch tatsächlich machen wir einfach nochmal kurz den hier und den hier den hier und den hier und den hier und nee das hier wird das habe ich ja gesagt will ich erlassen hier ist die Kriminalitätsrate hier ist direkt eine Polizei hier unten würde ich dann auch eine Polizei ansetzen hier so neben die Grundschule so ne so das ist die Polizeiwache genau das ändern wir um die Dienststelle das machen wir wie Amerika Polizei Abteilung so Polizeiabteilung wo ist hier die nächste Polizei ganz ganz gut hier ist einer na super so was ist hier hier ist hier ist nichts machen wir das Loch hier zu obwohl nein noch wir machen dann bieten einen kleinen Parc damit die Leute ein bisschen mit denen das Lächeln nicht vergeht so haben wir denn keinen kleineren Parc was das denn japanischer Garten egal ob das perfekt hin kostet was hat und er setzt mir immer ein paar von hin die die Komplätze so jetzt haben wir überhaupt jemand zufrieden machen wir in Japan so ist es nicht glücklich zufriedener sein rein theoretisch dann machen wir auch noch mal japanischen Garten dahinten da ist auch jemand zufrieden nicht so also machen wir einfach den hier hier setzen so und also bitte problemo finito ja naja geil 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 alter die Gebäude biete mich einfach nur mal auch hier unbedingt auch hier arbeiten aus welchem Grund brauchen wir mal Häuser brauchen wir noch tatsächlich mehr ähm das hier hat non verfügbare arbeitsstellen mehrere probleme hier haben wir hier haben wir einen neuen ähm water schme age die que die wir wir